Willkommen bei Planeo, mein Name ist Ferdinand. Heute haben wir ein ganz wichtiges Thema, die fünf typischen Fehler beim Wendestreichen. Da möchten wir uns gerne mit euch zusammen einmal anschauen, was man da für Fehler machen kann. Einer der wichtigsten Fehler, die gemacht werden ist, dass man eben beim Untergrund nicht darauf achtet, dass man sie nicht genau betrachtet, sondern einfach auf den Untergrund Farbe aufbringt. Was muss man alles beachten beim Untergrund? Wir haben hier in diesem Fall natürlich schon eine schöne weiße Wand, die gespachtelt wurde, geschliffen wurde und da war schon alles soweit fertig, würde man denken. Aber geht man einmal mit der Hand darüber, sieht man, da ist noch Schleifstock drauf. Da könnte man nicht einfach mit der Farbe jetzt drüber fahren, sondern hier muss auf jeden Fall abgefegt werden und gut grundiert werden, damit nachher ein gleichmäßig saugender Untergrund da ist. Andere typische Dinge bei einer Wand sind natürlich, sind da Risse vorhanden, sind da Ausblühungen vorhanden? Wie fest ist der Untergrund? Gibt es dort verschiedene Untergründe? Also ich sag mal, ein stärker saugender, ein weniger stark saugender Untergrund? All diese Dinge mal mit dem bloßen Auge betrachten und beurteilen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein wichtiger weiterer Punkt ist, dass man sich Gedanken über die Farben macht und nicht zum nächstbesten Prospekt greift, da ist das Angebot zu der Farbe Weiß, das nehme ich einfach. Farben sind nicht gleich Farben. Farben muss man von der Anwendung her betrachten. Also wo soll sie eingesetzt werden und welche Qualität brauche ich dann? Brauche ich eine Silikatfarbe für Feuchträume vielleicht? Brauche ich vielleicht im Flurbereich eine Latexfarbe oder eine hochbeständige Farbe? Welchen Glanzgrad soll ich wählen? Und ja, all diese Dinge einmal sich im Vorfeld zu überlegen, um da das richtige Produkt zu haben, weil man möchte das nicht mehrfach verarbeiten. Man möchte das einmal anstreichen und ein gutes Ergebnis haben. Und deshalb haben wir uns von Planeo Gedanken gemacht und ein System aufgebaut, wo man quasi vom Aufbau des Untergrundes bis hin zum fertigen Anstrich alles aus einer Hand hat, damit das funktioniert. Wichtiges Thema Abkleben und ein sauberes Malergebnis zu erzielen. Unbedingt wichtig, die Stellen, die nachher keine Farbe abbekommen haben, abzukleben mit Klebeband. Da gibt es verschiedene. Man nimmt ein solches für Arbeiten, die vielleicht länger dauern oder die im Sonnenlicht irgendwo auch stattfinden. UV-beständig können auch nach Wochen und sogar Monaten abgezogen werden. Solche einfachen Klebebänder zeitnah wieder abmachen, sonst kann es irgendwie zu Rückständen auf der Oberfläche kommen. Unbedingt sauber abkleben aus folgendem Grund. Wer es nicht tut, man kann es hier am Rahmen auch sehen und versucht es nachher irgendwie sauber zu machen, das wird alles kein schönes Ergebnis. Man muss dann im Nachgang alles abkratzen und so weiter. Aus dem Grunde abkleben überall da, wo man ja den sauberen und scharfen Rand braucht und die Farbe nachher eine schöne, saubere Kante bilden soll. Eine ganz besonders wichtige Sache ist, bevor man anfängt, die Farbe in der Fläche aufzutragen, dass man die Kanten sauber beschneidet, so wie man das fachmännisch sagt. Das bedeutet nichts anderes, als dass man wirklich durch jede Ecke und Kante geht, die Farbe satt aufträgt mit einem flachen Pinsel in die Ecken, überall die Farbe verteilen, wirklich komplett. Auch hier um diese Steckdosen herum, überall da, wo man noch nicht in der Fläche ist, sondern die Kanten sauber und fertig machen muss, nachträglich dann mit einem Roller zu arbeiten. Das heißt also, man geht und verteilt die Farbe, dass sie gleichmäßig verteilt ist. Dabei kann es vorkommen, dass hier zum Beispiel sich Ränder bilden. Dann muss man hier noch mal so leicht versetzt und den Anstrich noch mal quasi egalisieren. Dann erreicht man rundherum wirklich so einen kompletten Rahmen, stellen Sie sich vor wie bei einem Puzzle. Sie machen den Rahmen erstmal fertig, um dann nachher in der Fläche arbeiten zu können. Zu guter Letzt noch ein wichtiger Punkt, wenn es in die Fläche geht, Farbe zu verarbeiten. Da kann man durchaus viele Fehler machen. Viele gehen einfach in den Eimer mit einer Farbrolle irgendeine, rollen kreuz und quer an der Wand herum, gehen vielleicht im Kreuzgang über die Wand und wundern sich nachher, dass das Ergebnis nicht so toll aussieht. Vielleicht sogar noch die Rolle möglichst satt ausgedrückt, um möglichst viel Farbe an die Wand zu bekommen. Das ist nicht die Arbeitsweise, wie man ein gutes Ergebnis bekommen kann. Im Vorfeld sollte man sich also Gedanken machen erstmal, welche Walze nehme ich denn? Es gibt ja verschiedene Untergründe. Es gibt glatte Tapeten, es gibt raue Tapeten, es gibt die rauhe Fasertapete. Da muss man verschiedene Floorhöhen beachten. Also, je feiner, desto kürzer darf auch das Floor sein. Dann sollte man die Farbe gut und satt mit Farbemletzen eintauchen. Wer startet, kann auch vielleicht die Walze ein wenig feucht machen, um einfach eine bessere Benetzung am Anfang zu erzielen. Dann die Farbe wirklich vollflächig aufrollen, von oben bis unten und dann immer so um eine halbe Breite versetzt ausrollen. Nass in nass arbeiten, das heißt also nicht antrocknen lassen, eine rauchen gehen und wiederkommen. Das führt alles dazu, dass es nachher unterschiedliche Glanzgrade auch auf der Oberfläche gibt. Genau, so in etwa kann man Fehler vermeiden, wenn man mit den Farben arbeitet. Wir haben hoffentlich euch die wichtigsten Dinge mitgeteilt, mit denen ihr die Arbeit machen könnt. Der Georg zeigt, wie es jetzt in der Praxis aussieht und bleibt einfach dabei, schaut euch das an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.